vom Finanzmarkt an. Sie haben für globales Finanzmarkt angemeldet, ja? Noch einmal weiter weg machen. Sie haben Selbstregistrierung gemacht für globales Finanzmarkt. Es geht um Bitcoin, Kryptowährungen, Aktien, Ethereum. Ja, ja, ja. Haben Sie, ja, haben Sie, genau. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder noch nicht? Nein, ich bin Anfänger, ja? Okay, okay. Also, wir haben ein gutes Angebot für Sie als Anfänger und unser System ist voll automatisches Handelssystem. Sie sollen da gar nichts machen, weil es ein robotisches System ist. Ja, Roboter arbeitet für Sie jeden Tag. Ist es wie Fahrkartenautomat oder wie Kaugummiautomat? Das ist vollautomatisches System, genau. Das ist vollautomatisches und Sie sollen da gar nichts machen. Aber erst mal, wir sollen Ihre Konto aktivieren, ja? Damit Sie können Ihren Handel bei uns beginnen. Und wie viel, ähm, ähm, wie viele Prozent man kann sagen, bei der Firma von drinnen machen? Bei Ihnen? Ah, okay. Das hängt, äh, das hängt, wie viele, äh, Investierungen machen Sie ab? Und zum Beispiel, Sie können, äh, unseren minimalen, äh, Betrag beginnen, damit Sie können auch Ihren Handel beginnen und bekommen Sie auch, äh, Bonus, äh, Geld von uns. Bonus? Äh, ja, dann, äh, Bonusgeld. Wie viele Bonus, wie viele Bonus du geben, sagen wir? Äh, äh, ja, wir geben 200 Bonus, damit Sie können Ihren Handel beginnen. 200? Und wie viel muss ich bezahlt machen für 200 Euro? Äh, also das, äh, also wir haben verschiedene Beträgen, zum Beispiel, äh, wir haben 250, wir haben 500 Euro und wir haben 1000 Euro, das ist schon VIP und Sie können auch das 2000, äh, 1000 Euro, also wählen. Also 1000 bezahlen und 200 kriegen, ja? Richtig, verstehe. Nein, nein, nein. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie 1000, äh, einteilen, nicht bezahlen, Sie bezahlen gar nicht, Sie einzahlen, ja, überweisen, transferieren Sie, also, äh, Sie bekommen 5, schon, 500 Euro von uns. Auf 50% Bonuk? Äh, genau, also für 1000 Euro kriegen Sie 500 Euro. Das ist ja so freundlich. Das ist ja so sehr freundlich. Ja, also, also Sie bekommen, also das, also jeder Betrag hat einen Bonus. Zum Beispiel, wenn Sie beginnen 500 Euro, damit Sie, äh, damit Sie bekommen 250, äh, also Bonusgeld, äh, 200, Entschuldigung, 200 Euro, äh, Bonusgeld, oder wenn 250, dann, äh, 57. 7,50 Euro? Äh, 75 Euro, oder Euro, oder Dollar? Äh, Euro, Euro, oder Dollar, wer Sie möchten. Also, das ist kein Unterschied von uns. Ja, aber, ähm, das ist sehr gut. Ja, aber erst mal, äh, erst mal wird man hier gut aktivieren. Und dann kann man die Bitcoin kaufen, ja? Oder nein? Genau, genau. Genau, welcher, was für möchten Sie? Vielleicht Sie haben, äh, haben Sie schon Bitcoin? Nein, nein, ich möchte der, äh, Doggecoin oder Cardano haben, ja? Ich bei, bei... Okay, das ist möglich bei uns. Das ist möglich. Wir können auch Bitcoin oder... Also wir haben alle Produkte bei uns. Ja. Wir können jedes Produkt wählen. Genau. Wie viele Dogecoin hat deine Firma? Sagen wir. Wie viele Dogecoin haben? Bogecoin. Ah, okay. So, das ist auch möglich. Ja, warum nicht? Ja, wie viele haben? Eine einfache Frage. Wie viele Dogecoin bei Schublade drinnen? Bei deiner Desktop, ja? Also, Herr Gott, das bedeutet, das hängt, wie viel investieren Sie ab? Also es hängt von Investierung ab. Ja, es ist sehr abhängig. Zum Beispiel 500... Ja, also wir können einfach erstmal Ihre Konto aktivieren, damit Sie können auch Ihren Handel beginnen und mit unseren Finanzisten weiterreden und Sie werden auch alle erklären. Also, ich gebe Ihnen... Also, welche Sprache sprechen Sie besser? Was ist der Name? Deutsch. Woher kommen Sie? Du auch Deutsch sprichst, ich bin von Indien. Äh, Indien? Okay. Kein Problem. Okay, kein Problem. Woher Sie kommen? Aber erstmal... Woher Sie kommen? Äh, ich bin halb... Ich bin halb Polish. Halb Polish? Oh, Polen sehr nettes Menschen. Genau. Halb Polish und Deutsch. Ich bin mit meiner Frau bei Honeymoon, wir bei Warschau gehen, ja? Wäre Stadt... Okay. Das ist wunderschöne Stadt, ja? Äh, genau. Also, äh... Also, wir können jetzt, äh... Eure Handel, also... Also, Ihre... Erstmal Ihre Konto aktivieren, ja? Haben Sie Computer dabei, Herr Guati? Dabei? Oder überhaupt haben? Ja, mit Ihnen. Nein, 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 dabei. Mit Ihnen, jetzt. Ja, ich behorse in der Tasche... Haben Sie. Äh, also, möchten Sie Ihre, äh... Aktivierung von Ihrer Seite schaffen, machen, oder von meiner Seite? Beide ist... Beide sind möglich. Was bedeuten? Wer bitte? Was bedeuten? Äh... Bedeuten? Ja, meine Seite, Ihre Seite, habe ich nicht verstanden. Ja, 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 okay. Also, wir sollen Ihre Konto aktivieren, ja? Ja, und wer macht das? Also, damit Sie beginnen... Okay, jetzt machen wir das. Aber sagen Sie mir bitte, möchten Sie das von Ihrer Seite das aktivieren, oder ich mache das von meiner Seite? Beide sind möglich. Beide sind möglich, aber auch unmöglich. Ja, also, ich kann das... Ich kann es von meiner Seite schaffen, aktivieren. Sie können es von Ihrer Seite schaffen, aber wenn Sie Computer haben, haben Sie Computer jetzt? Ja, ja, ich habe, äh, Confucius, ja. Computer, Computer, Laptop, oder... Confucius. Okay, ich, ich, ich sage, können Sie jetzt Ihre Google öffnen? Wohin denn? Äh, öffnen Sie Ihre Google, ich sage, äh, unsere, äh, Webseite... Stopp, 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 ich muss Computer erst anmachen, ja? Ist das in Ordnung? Ja, 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 okay, kein Problem, kein Problem. Weil Computer ausschalten, weil es spät bei Abend... Ja, 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 kein Problem. ...wenn ich immer Computer dann ausmachen. Weil ich habe auch bei, äh, bei meinem Computer einen Computerstimme drinnen, ja? Mhm, okay. Ich bin da. Das ist gut. Computerstimme. Ja, kennst du? Ja, öffnen Sie. Ja, 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 natürlich. Also das ist einfach... Das ist schon, äh, also öffnen Sie bitte, wenn Sie fertig sind. Wenn Sie... Wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir bitte. Oder Sie? Ja, einen Moment, ich habe gesagt, ich muss Computer anmachen. Nur keine Stress machen, ja? Sonst hol ich die mehr Schwändchen. Die werden die so kaputt machen. Okay. Hast du verstanden? Mhm. Ja, das ist sehr gut für dich. Sonst nur große Probleme. Was für Probleme? Mehr Schweinchen. Versteht du? Wer bitte? Äh, ey, du auch Englisch reden? Ja. Gini-Pick, okay? Gini-Pick. 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 Mehr Schweinchen. Den krank werden, wenn zu viel Lärm machen. Ich muss es langsam machen. Weil Gini-Pick schlafen. Ah. Okay, okay. Okay. Hätte ein Problem? So, Computer anmachen. Was soll man machen? Okay, öffnen Sie bitte Ihre Computer. Äh, Ihre Google. Entschuldigung. Google-i-Google. Ja, ich kann Google-i-Google anmachen. Machen Sie das. Öffnen Sie. Ja. Hören Sie. Ja, Google-i-offen. Okay. Okay, schreiben Sie da. Äh, P wie Paula. Ich buchstabeere jetzt. Ein Buchstaben? Okay, Buchstaben. Okay. P wie Paula. Schreiben Sie da nur ein paar P. Nicht Paula. Ja, okay. Private Paula. Oder Sergeant Paula. R, R. Hä? Gott, schreiben Sie da nicht Paula. Schreiben Sie da bitte P. P. Nochmal, was? Ja, ich sage jetzt unseren Namen von unserer Unternehmer, ja? Patty und Selma. Äh, P, dann R. R, R. O, R. Ja. R wäre Russland, ja? O. O. R Österreich. Ö, soll ich ein Ö schreiben oder ein O? O. Einfach O. Okay, aber Österreich mit Ö schreiben, ja? Nur frage nicht, dass ich falsch schreiben darf. Dann, Galaga, alles kaputt. Nein, nein. Schreiben Sie einfach, schreiben Sie da einfach O. Okay. Dann F wie Finnland. F. F wie Finnland? Genau. Okay. Sehr guter Land, ja? Prof E via Italy. Italia, okay. T via Theodor. Theodor. S via Skottland. S via Skottland. Schottland, ja? Okay. S, S. Einfach S schreiben Sie da. Ja, ja. Wieder nochmal T via Theodor. Mit TH oder nur mit T? T, T, einfach T, T. T, T oder? Mit T, T hätte ich schreiben, ja? Nein, nein. Einfach T schreiben Sie. Okay. T oder T? T, T wie Türkei. Türkei? Weiß ich nicht. Theodor, ja. Ja, okay. R via Russland. Russland. A via Amerika. Amerika, ja. E via Deutschland. Ja. E via England. England. Punkt. Ja. Okay, noch einmal zu Kontroll. Also ich jetzt, ähm, Poland, Russland, Osterreich, Finnland, Italien, Türkei, Schweden, Türkei, Russland, Ardennen, Deutschland, England, Punktcom schreiben, ja? Äh, machen Sie Witz. Profitstrade, ja? Profitstrade, dot com? Profitstrade, genau. Ja, jetzt klicken Sie drauf. Enter, 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 drücken. Da ist ein Bär. Ähm, enter. Äh, der russische Bär. Was sehen Sie da? Äh, der Bär von Putin? Was sehen Sie da? Eine Bär. Bär. Bär? Bär. Sehen Sie da, äh, ein Login oder Login? Da ist ein Bär und eine Bull, okay? Sehen Sie da kein Login? Doch, Login schreiben. Ein Login registrieren. Genau. Klicken Sie Login. Ist es richtig, ja? Login. Klicken Sie Login, please. Auf Login drücken? Yes, Login. Sehen Sie da E-Mail? Ja, ja. Der E-Mail. Sehen Sie bitte unter. Schreiben, äh, schreiben Sie bitte da Ihre E-Mail. Ja. Welches, äh? Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe hier, äh, warten Sie bitte. Goati, äh, Tone, Punkt, To. Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Goati, äh, Tone, Punkt, To. Ja, und wie ist meine Passwort? Äh, Ihre Passwort ist, warten Sie kurz. Jetzt, ich gebe Ihnen einmaliges Passwort her. Ja. Damit wir können Ihre Konto aktivieren. Später, wenn wir schon Ihre Konto aktivieren, bekommen Sie eine andere E-Mail, äh, Passwort in Ihrem E-Mail, okay? Eine E-Mail ins Passwort oder ein Passwort bei meiner E-Mail? Nicht, das darf ich falsch machen. Nicht, das darf ich falsch machen. Ja, okay. Ja, ja. Das darf ich nicht. Bekommen Sie, bekommen Sie E-Mail, bekommen Sie eine E-Mail, da steht Ihre Passwort. Jetzt schreiben Sie da A, B, C, 1, 2, 3, alles zusammen und kleine Buchstaben. Und dann auf Eintritt drücken, ja? Und die Schnauze einschütteln. Und jetzt. Ja? Ja, 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 ja. Gut, die Ziege bock. Äh, what do you see now? Ah, da steht Corrections required. The city enter does not appear to be valid. Please now, write, äh, bitte schreiben Sie da Ihre Start, äh, Ihre Postleitzahl und auch Ihre Adresse. Ja, okay. Mhm, schreiben Sie da bitte. Ja, immer machen. Haben Sie schon fertig? Nein, 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 ich bin nicht so schnell, ich kann den Guinea-Pick nicht aufwecken. Okay. Okay. Okay, wenn Sie fertig sind, dann sagen Sie bitte. Wo ist, äh, Ihre Firma von wo anrufen, bitte? Ich rufe Sie vom Profit Straight her. Nein, welche Stadt? Berlin, Hamburg, Stuttgart, Österreich? Weiß ich nicht, wo wohnen Sie? Nein, wo, 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 wo Ihre Firma wohnen, wo Ihre Firma wohnen. Sag mir. Ach so, ich rufe Sie von Österreich an. Österreich, in Wien. In Wien, Wiener? Oh, das ist so ein wunderschönen Sturm. Wiener, ja. Oh, das ist so. Ja, äh, haben Sie, haben Sie hier gewesen? Ist der Kanzler Kurz, ist er eine gute Führer oder ist er eine schlechte Führer? Äh, Führer? Ja. Was meinen Sie? Äh, von Österreich, der Präsident, der Kurz, ist er eine gute Führer oder ist er eine schlechte Führer? Ah, er ist, äh, ja, er ist gut und haben wir auch, ja, äh, naja, ist es okay. Ja, er ist eine gute Führer. Manche Leute können ihn? Ja, okay, das kenne ich. Ja, genau. Also bitte, äh, sind Sie schon fertig? Nein, ich muss noch D.O.B. schreiben. Date of Bird und Gender. Warum steht bei Gender kein Diverse-Gennen? Weiß ich das, also... Weil ich identifiziere mich, ich bin ein, eine, ich bin ein Delfin, ja? Und jetzt bei Continue drücken. Hallo? Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Continue drücken. Äh, ja, also klicken Sie Continue bitte, klicken Sie Continue. Ja, das machen. Ein guter Ziege. Okay, gehen Sie bitte unter, gehen Sie bitte unter. Ich soll untergehen, nein, wir gehen erst morgen bei Piraten-Schiff draufgehen, ja? Vorher können wir keine Versenkung machen. Ist das Ordnung oder ist das schlimm? Wir bitte? Ich habe nicht verstanden. Ich auch nicht. Äh, ja, gehen Sie bitte unter. Da steht Visa-Card und Master-Card, sehen Sie das? Ja, das ist, aber ich soll nicht untergehen, ja? Mhm. Ja, also jetzt, als ich gesagt habe, Sie sollen jetzt Ihre, äh, also benutzen Sie vielleicht Visa-Card oder Master-Card, Herr. Äh, ne, ich, ähm, Bank, Bank-Account haben? Ja, haben Sie Master-Card? Ich habe eine American Express, ja. Master-Card haben Sie, ja? Äh, Master-Card, ja. Meister-Katze. Ja, okay, Master-Card haben Sie. Okay, bitte, äh, schreiben Sie, äh, da Ihre Master-Card, äh, Nummer, es gibt 16 Nummer auf Ihrem Karte. Bitte schreiben Sie da. 16 Nummer, soll ich Sie sagen oder soll ich es schreiben? 16. So, nein, Sie sollen es schreiben. Ihre Master-Card ist nicht bei mir. Okay, warte, muss ich gucken bei, ähm, bei Computer-Genern, ja? Einen Moment. Äh, ja, 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 kein Problem, nehmen Sie Ihre Karte. Und dann bei einem Monat, wie viel Profit machen? Äh, das ist auch sehr abhängig, aber ich glaube, wenn Sie zum Beispiel, also, wie, äh, wie viele, äh, Betrag möchten Sie Ihre Handeln beginnen? Äh, nehmen wir mal 1000 Euro für den, äh, gute Bonus geben, ja? Okay. Ja, 1000 Euro, damit, äh, ja, bekommen Sie auch Ihre Bonus. Also, das bedeutet, äh, Sie bekommen, äh, Sie bekommen zu viel, äh, zu viel Geld in pro Monat. Also, das bedeutet, Sie, genau, natürlich, Sie, Sie, Sie werden investieren, Sie werden mehr, jeden Tag Geld verdienen und so weiter. Also, das ist normal. Ja, aber wie viele Geld bekommen? Äh, äh, das ist, also, äh, jede, jede Woche, jede Woche zum Beispiel, bekommen Sie mehr, 50% mehr Geld. Also, jede, jede Woche bekommen zur Zeit, bekommen Sie mehr Geld, ja? Also, jeden Tag. Das ist, das ist ein Markt, ja? Also, äh, der Robot arbeitet jeden Tag für Sie und ohne Stopp. 24 Stunden mit Handeln für Sie. Roboter, 24 Stunden mit Handeln? Genau, ja, natürlich, es arbeitet ohne Stopp 24 Stunden. Ja, aber Roboter kann Paus machen, ja? Natürlich, es kann, das ist, das ist robotisches System, es arbeitet jeden Tag. Ja, ja, aber der Roboter, äh, nicht schlafen, ja? Maschine nicht schlafen, Maschine nicht funktionieren. Nein, nein, Sie, vielleicht wir brauchen schlafen, aber Robot braucht kein, äh, braucht nicht. Ja, 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 ich sage, und, äh, was, wie viel denn, äh, wie viel ist Ihr Führer? Ja, pro Tag bekommen Sie, pro Tag, pro Woche bekommen Sie 50% mehr und das bedeutet, Sie werden jeden Tag mehr, mehr Geld verdienen und Ihre, also, Geld vergrößen, jeden Tag. Ja, und, äh, also, zum Beispiel, wenn, wenn Sie Bitcoin kaufen möchten, Sie können, äh, also, jederzeit Ihr Geld vergrößen. Zum Beispiel, heute, morgen kann 500 sein, äh, übermorgen, äh, 600 sein, also, das ist ein Markt, ja? Ja, also, es hängt, wenn Sie mit unserem Finanzberater weiterarbeiten, also, Sie sollen immer bei mir, bei... Ja? Sagen Sie mir, bitte, haben Sie, haben Sie schon Ihre, äh, Karte geschrieben? Ich kann meine Karte schreiben, ja. Ja, sehen Sie da auch, äh, äh, Exploration Date? Ja. Das ist, äh, Datum von Ihrer, äh, Karte, bitte schreiben Sie das auch. Ich darf auch schreiben, hätte kein Problem. Aber kann Sie mir, ähm... Ja, schreiben Sie das... Wie viel, wie viel Bonus kriegen Sie, wenn wir mehr Geld geben, weil ich will gute Bonus bekommen, ja? Wenn wir sagen, 5000, wie viel Bonus kriegen Sie? Ja, also, genau, genau, 500 Euro. Bei, bei 10.000? 500 Euro bekommen Sie. 10.000. Äh, 10.000? Ja, Bonus, Bonus, Bonus für 10.000. Äh, für 10.000, wie viel bekommen Sie als Bonus? Ja. Das ist auch abhängig von, von Finanzmarkt, ja, also, das ist auch sehr abhängig. Nein, aber wie viel Bonus Deine Firma geben? Wie viel Bonus Deine Firma geben? Ja, bei 10.000. Äh, 10.000. Warten Sie bitte kurz. Etwa bekommen Sie 2, äh... 5.000, sagen wir. Also, ich kann es nicht, äh, deutlich sagen, genau sagen. Sie sollen jetzt mit meinem Finanzberater, also, weiterreden. Ja? Ich bin Kundeberater da, ich, äh, ich bin da, um Ihnen einfach zu erhelfen und Ihre Konto aktivieren, ja? Also, dann, danach, Sie werden mit meinem professionellen Finanzberater weiterreden und Sie werden Ihnen einfach helfen, wie Sie können, äh, also, zum Beispiel investieren oder was Sie investieren. Also, Sie bekommen Ihre, äh, also, Sie bekommen Ihre, äh, Finanzberater von uns, also, Professionale Finanzberater. Meine eigene Berater? Meine eigene Berater? Eigene, genau. Also, Sie sind, Sie sind, Sie sind, Sie sind Berater. Sie sind immer erreichbar. Also, bitte sagen, Sie haben Sie schon, äh, Ihre... Ich habe meine, meine, äh, meine Mann bei der, äh, Schul- und bei, ähm, wie sage man, äh, Bewahrungshelfer und bei Sozialen, die immer gesagt haben... Also, bitte, das ist kein Problem. Äh, wir haben auch, äh, female. Die haben immer gesagt, ich bin beratungsresistent, aber scheinbar kann man mir helfen mit, äh, Profit Trading, ja? Mhm. Ja, kann man das machen? Äh, also, Sie sind sehr professionell. Sie werden Ihnen einfach immer helfen, Sie sind immer erreichbar. Immer? Wenn Sie einige, äh, Fragen stellen, ja, immer. Wird es ein Mann oder eine Frau? Welcher möchten Sie? Ich kann Ihnen geben. Einen Mann, weil damit darf ich nichts mit Frauen reden. Einen Mann. Ich bin verboten von Heiligekur. Okay, denn ich, ja, ich gebe Ihnen einen Mann. Also, bitte sagen Sie mir, haben Sie schon Ihre Informationen geschrieben? Ja, ich habe meine Memoiren geschrieben. Exploration Date. Haben Sie, haben Sie, haben Sie Exploration Date geschrieben? Ja, ich habe den Prozess an alle, ich habe den reinschreiben. Okay, unter dem, äh, gibt es auch, äh, äh, Wunsch... Hallo? Ja, 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 ich bin da. Äh, äh, also, okay, es gibt auch die andere Seite von Ihrem Karten. Es gibt drei, äh, Nummern, ja? Äh, letzte, es gibt letzte drei Nummern. Sie sollen diese letzte, nur diese letzte Nummer schreiben. Nur einfach letzte. Ja, habe ich schon gemacht, ich bin doch nicht doof. Okay, haben Sie. Okay, Sie haben es schon gemacht. Äh, wir sollen, also, schreiben Sie bitte Amount, ja, Betrag. Äh, und Währung, äh, Währung, wählen Sie bitte USD. Welcher Betrag möchten Sie Ihre Handeln beginnen? Also, wenn wir, wenn wir 10.000 nehmen, dann 5.000 Bonus, ja? Genau, ja. Dann kann ich den 5.000 auch Ausbezahlung machen, bei meinem Konto? Sagen wir mal... Nein, also, letztes, wir erst einmal beginnen wir 1.000. Äh, bitte, wenn Sie möchten, wir können es aktivieren. Bitte schreiben Sie da 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Null, 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 Null. Hallo, ich wünsche mir 1.000. Und wählen Sie da auch Dollar. Ich bin nicht so dumm, wie du ausschießt, ja? Wie viel möchten Sie denn, Herr? Ja, also, 10.000, ja, wegen 5.000 Bonus. Dann schreiben Sie da 10.000, 10.000. Ja, ich gebe Ihnen einen Bonus. Ja, schreiben Sie. Gut. Okay, und dann machen wir... Haben Sie dieses Geld jetzt in Ihrem Karte? Haben Sie jetzt dieses Geld? Ja, ja. Okay, äh, warten Sie bitte jetzt kurz. Haben Sie schon auch, äh, das schreiben, äh, 5.000, hat man gesagt? Ne, ne, ne. Oder 10.000? 10, 10, 10. Und 5.000 Bonus. 10.000, okay. Soll ich dann 15 schreiben oder 10.000 schreiben? Wie viel möchten Sie, Sie können das schreiben? Ja, kein Problem. 10.000? 10.000 schreiben Sie da. Okay. 10.000 Euro oder Dollar? Ja, man kann ja nur Dollar schreiben. Hallo? Okay, wählen Sie da auch Dollar? Ja, wählen Sie da auch Dollar? Dollar ist ja. Wenn ich sage, klicken Sie auf Deposit. Okay, klicken Sie jetzt, äh, Deposit, wenn Sie ja schon geschrieben haben. Nicht machen. Okay, äh, 50.000 Euro oder Dollar? Okay. Das geht nicht. Okay, was, was sehen Sie da? Da steht, 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 Error, please contact support at profit trade for assistance. Error. 500 jetzt, wir überprüfen jetzt, ja? 500? Äh, auf Maximum Amount ist? Weiß ich nicht. 5.000. In deiner Firma, ich nicht wissen. Okay. Okay. Zum Beispiel, Sie können da 500 schreiben. Submit. Schreiben Sie Submit. Klicken Sie. Submit. Ja, ich bin jetzt bei, äh, contacting. Ah, okay, okay, jetzt sollen Sie diese Transaktion mit Ihrem Bank, äh, also bestätigen. Ja. Klein, okay. Ja, da steht, äh, transaction was not successful. Können Sie, haben Sie Paypal? Haben Sie Paypal? Gaypal? PayPal, ja. Ich, Frau, habe, ich, Frau, habe, nicht der Hund. Kann, haben Sie oder nein? Nein. Nein, haben Sie kein Paypal? Wer ist das Frau? Warum die Frau so scheint? Musst du mal Doktor anrufen? Haben Sie Computer jetzt? Ja. Ja, Sie sind mit Computer, ja? Ja, ja, Sie haben. Okay, können wir, haben Sie Anydesk in Ihrem Computer? Was machen? Anydesk, haben Sie Anydesk? Ja, 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 meine Bruder, mal, äh, mit Technical Support machen, ja? Okay, Sie haben der Anydesk. Können Sie mir, öffnen Sie bitte Ihre Anydesk. Ja. Und geben Sie mir bitte Ihre, äh, Ihre Nummer. Da steht Nummer in Ihrem Anydesk. Öffnen Sie das. Wenn ich ein Virus bei Computer habe, meine Bruder braucht es wohl machen, okay? Ja, 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 öffnen Sie das bitte jetzt. 9-8-4. Ja, bitte. 9-8-4. Können Sie jetzt Ihre Anydesk öffnen? Ja, 9-8-4. 6-4-6-9-6-6. Da steht in meiner Nummer. Wer ist Ihre Nummer? Ja, 9-8-4. Ich will dir sagen, du nix zuhören bei meiner. Du schreiben. Okay, sagen Sie. 9-8-4. Sagen Sie mir. Können Sie nochmal sagen? Ich hab nicht gehört. Ja, ich höre. 9-8-4. 9-8-4. Ja, 6-4-6. 6-4-6. 9-6-6. 9-6-6. Puckack. Ja. 9-9-6-6. Ja. Okay. Okay. You do good? Okay, warten Sie bitte kurz. Okay. Sie sollen da Bestätigung sehen. Admin. Ja. Akzeptieren. Ja, akzeptieren. Es ist eine grüne. Ja, klicken Sie akzeptieren. Ja. Haben wir schon. Gucken wir mal, ich dir zeigen. Okay, mach bitte bitte jetzt. Ja, 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 ich sehe jetzt. Der kommen. Ich sehe jetzt. Warte, du bitte, du bitte wie mein unehrlicher Bruder. Warte, du? Ja. Wie lange du arbeiten? Du nacktschickt haben? Ja. Ja, ich arbeite hier schon vier Jahre. So lange ohne Pause machen? Wie, du bitte auch Computer? Nein. Ah ja, natürlich, ich habe Computer, deswegen arbeite ich jetzt. Nee, du bitte auch, weil die Computer nie Pause machen. Roboter nie Pause machen, du vier Jahre keine Pause machen. Nein. Äh, Robot, das ist Robot, das arbeitet ohne Stop, aber ich bin nicht, kein Robot. Ich bin ein Mensch, ja? Bitt du ein, ein Pentium oder ein Intel? Wer bitte? Bitt du eine Intel oder ein Pentium Processing? Äh, nein, es ist einfach Computer. Das ist eine, ein Computer, ja? Warte, du bitte eine sehr gute Computer. Du bitte sehr gute Computer. Ja. Ja, 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 ja. Warte, bitte, du einfach eine Minute. Können Sie jetzt Ihre E-Mail, bitte, bitte können Sie jetzt Ihre E-Mail öffnen. Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail. E-Mail? Genau, öffnen Sie bitte. Der will meine E-Mail. Sie bekommen jetzt. Nein, 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 das ist hier, das steht hier. Öffnen Sie bitte jetzt Ihre E-Mail im Google. Was ist das für ein Seide? Was ist das für ein Seide? Ich kann nicht kennen. Nein, 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 bitte, das machen Sie gar nichts hier. Das ist Smiley. Guck mal, das ist Smiley. Nein, nein, bitte, machen Sie gar nichts. Das ist, öffnen Sie, können Sie mit Ihrem Handy jetzt öffnen. Okay. Guck, hier ist ein Problem. Weißt du? Das ist ein Problem, Matik. Kannst du eine Reparatur machen? Kannst du einen Technical Support geben, ja? Any Das King, ja? Ja, Any Das King. Das ist sehr gut. Sag mir, meine Brüder, wie ist dein Name? Ich habe deinen Namen vergessen. Hallo? Ah, ja, ja, ich bin da. Wie ist dein Name, meine Brüder? Ihre Brüder? Mein Name? Ja. Mein Name ist Daniel. Wie, was? Mein Name ist Daniel. Und warum steht hier... Daniel? Ja, warum steht hier ein anderer Name her? In Ihrem E-Mail. Wie viele E-Mail haben Sie denn? Ganz viel. Ich mache Hacking, okay? Ich mache Computerhacking. Sie machen Computerhacking? Ja, sehr viel. Okay. Okay. Ich will russische Geheimdienste arbeiten, okay? Russian Secret Service. Ich kann jetzt Angst haben. Das hat er aufgelegt. Aufgelegt. Wie war der Bereich? учили J�'Aber E-Mail-a-Cystem 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 E-Mail-nä-Cystem